Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar Mittwoch, dem 15. Februar. Ich grüße Sie ganz herzlich und ja, wir schauen uns heute wieder zwei Währungspaare an. Wie zuletzt auch immer wieder die eine oder andere Kombination hier auf dem JFD-Devisenradar in den letzten Tagen erfolgt. Und ja, wenn es die Optionen hergeben, darf man auch ruhig mal den Blick etwas erweitern. Und wir wollen heute auf dem Austral-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eingehen hier zuerst. Und da ist es durchaus interessant zu sehen, dass wir ja zunächst auch einen bullischen Bias skizziert hatten. Übrigens im heutigen JFD-Devisenradar-Webinar am Nachmittag werden wir da auch noch das ein oder andere skizzieren. Letztlich haben wir hier von einer Seasonal-Software am Straight Minder sozusagen ab dem 6.02. hier schon einen bullischen Bias erhalten. Der, und da muss man sagen, hier mit dieser Kerze am 6.02. die Idee bei diesen Seasonal-Pattern auf Tagesbasis ist praktisch immer der Entry zum Close des jeweiligen Tages. Man hätte hier buchstäblich wirklich einen Fishing-Boden erwischt. Wir haben hier den Support gehabt, diese Unterstützungszone. Am 6.02. des Entry-Tags sozusagen hätte man hier im Bereich rein seasonal gesehen 85, 60 Yen zuschlagen können. Dann ging es noch ein bisschen, ja, etwas hin und her seitwärts und dann haben wir diese Unterstützung auch bestätigt. Und siehe da, es ging dann in der letzten Woche schon stark nach oben und in der laufenden Handelswoche haben wir jetzt insbesondere gestern den Ausbruch vollzogen. Es kam nicht direkt zu einem Ausbruch. Man sieht auch hier der Widerstand bei 87 Yen ungefähr wurde mehrfach touchiert. Mit dem gestrigen Ausbruch ist es aber nunmehr amtlich, dass wir hier nach oben rauslaufen wollen, das Währungsprofil mehr rauslaufen will. Und rein seasonal ergibt sich eben jetzt hier bis Mitte März, 10.03. um genau zu sein, 13.03. vielmehr, ein bullisches Pattern. Das sehen wir auch hier unterstrichen. Hier ist der Australier gegenüber dem japanischen Yen, der hier in den letzten 8 Jahren, das ist natürlich nicht so viel, das muss man mal wieder berücksichtigen, wenn man diese Pattern hier analysiert, aber in den letzten 8 Jahren hat er hier mit 75%iger Trefferquote eben einen Profit eingefahren, der sich hier durchschnittlich auf 314 Pips summiert. Durchschnittlicher Verlust, 150 Pips bei den Tagen oder vielmehr Jahren, wo es in diesem Zeitraum abwärts ging. Also hier ein CRV von anständig 2 zu 1, das sieht gut aus. Letztes Jahr gab es ja auch nochmal einen schönen Move und aktuell sieht es eben auch so aus, als hätte das Währungsprofil wieder Chancen auf der Oberseite eben genau das Gleiche zu vollziehen. Seasonal, wie gesagt, wird es unterstrichen, gerade eben durch den gestrigen Ausbruch. Doch gegebenenfalls, es sind ja ein paar Handelstage, die man hier sozusagen skizziert kann, kommt es nochmal zu einem Pullback an dieses Level. Das einste Unterstützungslevel ist nunmehr mutiert zu einem, das einste Widerstandslevel ist vielmehr mutiert zu einem jetzigen Unterstützungslevel. Und insofern sehr, sehr interessant, wenn es Pullbacks in dem Bereich 87 geben würde, könnte man diese praktisch kaufen. Ansonsten, wie gesagt, 150 Pips auf der Downside, wenn es denn schief geht. Der 6.2., der hat hierzu noch einen viel engeren Stop-Loss ermöglicht, im Prinzip hier bei 70 Pips gegebenenfalls. Selbst wenn man die 150 gemacht hätte, hätte man diesen Spielraum. Und wenn man das jetzt adaptiert, sollte es nach Möglichkeit eben auch nicht wirklich wesentlich unter 87 gehen. Das muss man ganz klar sagen. Man könnte auch hier die Kerze vom 10.2. nehmen, die dann sozusagen hier, wenn es da runter geht, durchaus ein Stück weit negativen Hauch hätte, negativen Charme. Aber grundsätzlich hier der Bias, wie gesagt, Bullish. Sieht gut aus, insofern Rückenwind gegeben. Australi-Dollar gegenüber Japanisch Yen, der OSIE fragt derzeit hier in einem Movement nach oben. Yen hier dann zusätzlich noch mit Schwäche, das beflügelt das Währungspaar und verspricht hier im Prinzip Potenzial. Keine Handelsempfehlung wie immer, aber hier die Möglichkeit nach der statistischen Auswertung sozusagen eine Fortsetzung zu sehen, nach dieser Konsolidierung, die wir hier letztlich seit Mitte Dezember gesehen haben. Seitwärtslauf auf oberen hohem Niveau. Jetzt dann der Ausbruch und das Ganze noch sessional untermauert, ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Gut, Australi-Dollar-Yen, wie gesagt, mit Bullishem Touch. Was ist aber beim Euro gegenüber dem britischen Fund, den wir uns jetzt als zweites ansehen? Der hat hier in der letzten Zeit etwas leiden müssen. Sieht man auch hier im Monatschart. Klar, das britische Fund ringt sozusagen mit seiner Vormachtstellung, übergeordnet klare Schwäche. Auch hier sehen wir aber jetzt beim Euro, dass die große Dynamik zum Ende des letzten Jahres oder zum Herbst vielmehr dann sukzessive abnahm. Es gab hier auch ein schönes Seasonal Pattern übrigens, hatten wir auch mit dem Wiesnradar skizziert, hier im Bereich 083,45. Hier eine schöne, schöne Unterstützungszone. Und diese Unterstützungszone, die hier dann eben zuletzt hielt im Dezember und für einen richtig schönen Auftrieb sorgte, könnte jetzt wieder angesteuert werden. Wir sehen nämlich den Euro gegenüber dem britischen Fund hier aktuell an einem Unterstützungslevel, was hier unlängst seit Anfang Januar etabliert wurde. Dann gab es hier am 13., also vor zwei Tagen den Durchschlag auf der Südseite. Gestern so eine Art Rettungsversuch und jetzt hängt das Währungspaar hier buchstäblich in den Seilen. Das heißt, entweder es kommt wirklich jetzt zu einem Comeback und man dürfte hier davon ausgehen, wenn das gestrige Tageshoch, das lag hier bei 0,85, 30 rund. Und wenn das überwunden werden würde, dann könnte man sagen, okay, die Unterstützung hat wirklich gehalten und Obacht geben. Heute haben wir ein Fuzi-Vektor-Logik-Pattern, was durchaus diese Chance verspricht. Allerdings bedarf es da noch einem weiteren Auftrieb. Wir sehen die heutige Candle, die sieht eher ein Stück weit mau aus und insofern mal darauf achten, wie der heute aus dem Handel geht. Machen wir neue Tiefs unter dem gestrigen und auch unter dem Montagstief. Dann muss man davon ausgehen, dass wir die Zone 0,84, 0,83, 0,45 etwa nochmal ansteuern, dieses Setup praktisch fahren. Es sieht grenzwertig aus, deswegen gebe ich hier mal den blauen Pfeil auch. Sieht meines Erachtens eher danach aus, als würde er gen Süden driften wollen. Auch wenn hier das Seasonal Pattern, da gehen wir jetzt mal auf den Euro gegenüber dem britischen Pfund. Verzeihung. Auch wenn das Seasonal Pattern hier in eine andere Richtung bläst, sieht das hier grenzwertig aus. Es würde meines Erachtens wirklich bullisch werden, wenn der Markt hier deutlich nach oben rauszieht, eben über die 0,85, 0,30. Dann hätte ich hier durchaus die Ambition oder auch die Idee, dass der Markt hier weiter nach oben raufziehen könnte. Und dann darf es hier auch durchaus nochmal über 0,86, 0,50 gehen. Dazu muss aber wie gesagt Movement kommen. Wir werden sehen, ob es geschieht. Aktuell, wie gesagt, grenzwertige Lage. Deswegen entgegen der Saisonalität hier durchaus der BIA ist ein Stück weit südlich angeheftet. Also britisch von stärker Euro hier schwächer Euro. Auch heute ja jetzt just auf ein neues Tagestief zurückgefallen. Euro gegenüber US-Dollar als Major-Pair. Beflügelt auch nicht gerade den Euro gegenüber dem britischen Pfund. Euro also sichtlich mit Schieflage. Ganz klar schwach unterwegs. Und da nützt auch das bullische Pattern, was wir heute hier bei der FUZI-Vektor-Logik haben, nicht wirklich viel. Wir haben hier nämlich ein technisches Tief. Intraday bei 0,84, 73. Das sind wir aktuell. Nach dem Pattern sollte es jetzt hier das Tief gewesen sein. Wir haben heute auch 10.30 Uhr noch News aus Great Britain. Da gibt es wieder reichlich Waller. Davon kann man mal ausgehen. Hier Arbeitslosendaten, die sicherlich auch hier wieder Gehör finden. Das britische Pfund da eh sehr sensibel bei den Konjunkturdaten, immer 10.30 Uhr aus England. Insofern mal Obacht geben. Hier der Euro gegenüber dem britischen Pfund jedenfalls jetzt schon aufgrund der Euro-Schwäche in Schieflage. Kommt es dann hier zu starken Daten aus Great Britain, dann kann es natürlich hier auch nochmal ganz, ganz schnell in Richtung der gestrigen Tiefs gehen. Oder aber dann sogar wesentlich tiefer, wie anhand des Tagesscharts skizziert. Das Pattern der FUZI-Vektor-Logik meines Erachtens, wie gesagt, interessant, wenn wir den Pivot-Point wieder zurückerobern würden. Dann haben wir hier ein starkes Pattern, 64-prozentige Trefferquote, 239 Erscheinung. Das ist eine Hausnummer, verspricht Potenzial, sieht aber, wie gesagt, aktuell nicht danach aus. Da müssen die Daten schon sehr schlecht reinkommen, Schrägstrich der Euro stark anziehen, um hier wirklich nochmal einen Rebound zu starten. Ich will es Ihnen nur präsentieren. Euro auf Tagesbasis in Schieflage. Jetzt auch hier Intraday, wie gesagt, deutlicher und Pivot-Point. Man darf mal abwarten, was passiert. Ich hatte ja entgegen der Saisonalität auch da die Südseite präferiert und würde das auch hier heute im Intraday-Chart unterhalb des Pivot-Points so belassen, dass wir hier definitiv neue Tiefs anlaufen und der Euro hier in Schieflage bleibt. Das würde sich erst ändern, wenn wir hier rüberlaufen, über den Pivot-Point idealerweise ein neues Tageshoch machen. Dann haben wir hier eben die Chancen in Richtung 0,85, 0,48 sogar anzusteigen. Und dann hätten wir mal sogar die Idee, das gestrige Tageshoch entsprechend zu überwinden, was wir hier gesehen haben. Und dann könnte es mit Blick auf Tagesbasis hier tatsächlich zu einer Stabilisierung kommen, die dann auch auf sich der mehreren Tage, der kommenden Tage hier einen positiven Bias mit sich bringt. Aber das sehe ich eben aktuell nicht. Insofern lassen wir uns mal überraschen, was der Markt bietet. Hier, wie gesagt, Ideen kann man reichlich skizzieren. Handeln sollte man das, wo man die größte Wahrscheinlichkeit sieht. Und insofern warten wir mal ab, bis hier klarere Signale kommen. 10.30 Uhr, wie gesagt, gerade beim Euro gegenüber British Pound auf Volatilität einstellen. Ansonsten heute Nachmittag, wenn Sie mögen, wie gesagt, das JFD-Devisenradar-Webinar und alles weitere dann später. Wenn Sie mögen, hören wir uns ansonsten morgen wieder in alter Frische. Und hier nicht vergessen, morgen gibt es ein JFD-Live-Event. Das JFD-Devisenradar, der Livestream, wird als solcher morgen nicht stattfinden. Wir sind dann in einer Webinar-Umgebung und schauen hier Dirk Hegel mit seinem Stereo Trader über die Schulter. Und das ist sicherlich auch richtig interessant. Mal sehen, was er denn macht zum European Opening in Sachen Euro-Esterler oder auch speziell den DAX, den er gern handelt. Also insofern, morgen auf unserer Website können Sie sich noch kostenlos registrieren für das Webinar. Morgen Live-Event nicht vergessen. Deswegen, wenn Sie mögen, schalten Sie dann morgen zum Webinar ein oder aber spätestens zum JFD-Devisenradar am Freitag wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Vielen Dank.